Wie sehr freust du dich auf die Tage, die kommen? Ja, schon extrem. Ich habe dann persönlich das letzte Jahr erlebt und kann durch das wirklich auf Erinnerungen zurückgreifen, sei es im Kopf selber oder alte Bilder anschauen. Dann beginnt es halt an kribbeln. Dann merkst du wirklich, das letzte Jahr war unglaublich. Logisch ist die Emotionen vielleicht etwas spezieller gewesen. Aber das müsstest du einfach wieder erleben. Das kribbelt einfach im Bauch. Das ist ja fast unbeschreiblich. Lieber am Samstag auf dem Sofa am meisten werden oder am Sonntag gegen Zürich auf dem Platz? Nein, natürlich schon lieber auf dem Platz. Wenn es jetzt Samstag wäre, dann kommt es ja fast etwas aufs Gleiche aus. Dann bist du am Sonntag dann am Match und feierst dann mit den Fans dann auch. Dann hast du es halt schon einen Tag länger. Aber sportlich gesehen und von den Emotionen her wäre es sicher schöner am Sonntag direkt nach dem Spiel. Wir wollen jetzt schon die erste Chance nutzen. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir es dann am Sonntag packen könnten.